Ho, 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 meine lieben Bücherfreunde, heute im zehnten Türchen gibt es ein Buch, das, ich glaube, einen ganz besonderen Platz dieses Jahr in meinem Herzen hat. Es ist Mr. Panassos Heim für magisch Begabte von TJ Kloon und es ist ein Buch, das auch wieder ganz viele Markierungen inne hat und das wirklich ein neues Lese-Lebens-Lebenslese-Highlight für mich ist. Ein Buch, das ich in diesem Jahr häufigst verschenkt habe oder auch empfohlen habe, was, wenn mich jemand fragt, was waren so deine zwei, drei Highlights in diesem Jahr, wenn man sich darauf beschränken muss, ist das definitiv das, was mir als erstes, zweites einfällt und was mich wirklich sehr berührt hat. Ich hätte damit gar nicht so gerechnet, dass es mich so packt, aber war dann umso überraschter, als es so nach 80 Seiten anfing, mich nicht mehr loszulassen. Wir treffen auf Linus Baker, der ist 40, alleinstehend ist angestellt, Beamter könnte man sagen und überwacht im Grunde Kinderheime, Kinderanstalten auf deren Ordentlichkeit, ob die Kinder gut versorgt sind und insbesondere der Heime, die eben magisch begabte Kinder haben. Jetzt sollte man hier aber nicht an Harry Potter denken oder an Zauberer oder Ähnlichem, sondern diese magisch begabten Kinder sind eher Kinder, die eine besondere Art der Magie umgeben. Ich glaube, im Klappentext steht auch schon, dass wir auf den Sohn des Teufels treffen, richtig, und wir hier in einem Kinderjugendheim sind. Eines Tages bekommt er eben den Auftrag, im Grunde genau dahin zu fahren, zum Mr. Parnassus Heim, wo eben magisch begabte Kinder sind. Sie sollen sich theoretisch von dieser Insel auch nicht groß wegbewegen. Die Dorfbewohner in der Umgebung haben so ein bisschen ihre Vorurteile den Kindern und auch Mr. Parnassus gegenüber. Doch als Linus dort ankommt, merkt er recht schnell, dass das hier alles andere ist als irgendwie eine Gefahrenzone und selbst eben der Sohn des Teufels einen ganz anderen Eindruck bei ihm hinterlässt, als man sich das vorstellen möchte. Die magisch begabten Kinder sind, wie gesagt, nicht einfach mit Magie oder mit Zauberei oder Hexen oder Wehrwölfe, sondern sie haben besondere Gaben, sie sehen besonders aus. Wir haben zum Beispiel auch das typische Monster unter dem Bett, das aber eigentlich gar kein Monster sein möchte. Wir haben verschiedenste Kreaturen. Wir haben eben, wie gesagt, auch den Sohn des Teufels, dem eben immer erzählt wird, er ist böse und er wird ganz böse Dinge machen und er ist ein Ungeheuer und er das aber auch als Kind gar nicht versteht. Und Linus begutachtet jetzt dieses Heim, begutachtet die Kinder und eben auch Mr. Parnassus und findet dort viel mehr, als er zu Beginn irgendwie glaubte oder ja, sich im Grunde auch er hätte erträumen können. Das Buch ist unglaublich viel. Es hat nicht sehr viel Fantasy. Es könnte auch tatsächlich einfach funktionieren, ohne dass man diese magischen Anteile hat. Es könnte eben einfach funktionieren mit Kindern aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Kontinenten. Das Buch spricht vor allem von Toleranz, von, dass man einfach ein wunderbares Miteinander haben kann, dass man ohne Vorurteile Leute kennenlernt, auf sie zugeht, dass man ein Miteinander schätzt, etabliert und dass das eben schon anfängt eben bei Kindern. Dass Kinder eben ganz oft gar nicht verstehen, warum sie hier nicht geliebt werden, warum sie ja im Grunde schon so eine Abneigung erleben, die ihnen aber gar nicht bewusst ist, weil sie das selbst als Kinder eben gar nicht leben oder erleben und das gar nicht verstehen können. Und das hat mich unfassbar bewegt, weil natürlich ist einem das komplett klar, man war ja selbst auch mal Kind, aber man nimmt das natürlich ganz anders wahr und hat es auch anders in Erinnerung. Theoretisch sind unsere Kindheitserinnerungen in der Regel jedoch positiver und man merkt sich ja doch oft auch eher das Schönere. Und hier ist man eben so mit dabei, wenn es um diese Ausgrenzung geht und dann aber eben auch um Mr. Parnassos, der seine Schützlinge zusammenhält, ihnen die Welt zeigt, wie sie sein sollte, sie auch von dem Nicht-so-Schönen im Grunde abhält. Und dann haben wir eben Linus, der von außen dazukommt und das eben auch noch alles mitbekommt und erlebt und natürlich auch seinen Teil zur Veränderung von sich selbst, aber auch diesem Heim im Grunde beiträgt. Es ist ein wahnsinnig berührendes Buch. Es hat unglaublich viele emotionale Teile darin, gerade wenn es um die Vergangenheit oder die Gefühle der Kinder geht, wenn es um Linus selbst geht, wenn man seine Veränderungen ein bisschen miterlebt, wenn man die Hintergründe dann auch kennenlernt und man ist da so mittendrin. Man ist wirklich dabei, man ist ein Teil dieser Gruppe, man ist ein Teil dieser Geschichte. Man wird hineingezogen und das hat TJ Gloon unglaublich gut gemacht. Man kann ihm hier wirklich nur sagen, wie großartig er das gemacht hat, dass er eine nicht zu schnell erzählende Geschichte, also man sollte sich hier ein bisschen auf eine langsame Geschichte mit ganz viel Tiefgründigkeit und tiefen Noten, ja im Grunde erwarten, wie toll er das wirklich geschaffen hat. Also es ist eine Geschichte, die so viel erzählt, die so viel in mir bewegt hat, die mich zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Weinen, zum Wütensein gebracht hat und ich wirklich ganz, ganz viel aus diesem Buch mitnehme und es mich wirklich unglaublich gefesselt hat. Ein wunderbares Zitat von Mr. Parnassus ist, diese Welt ist ein merkwürdiger und wundervoller Ort. Warum müssen wir da für alles eine Erklärung finden? Nur zu unserer persönlichen Befriedigung? Weil Wissen Macht bedeutet. Ach, Macht, so spricht ein wahrer Vertreter. Warum überrascht es mich nicht, dass Sie Ihr Regelbuch auswendig kennen? Sie sollten vielleicht wissen, dass Sie das Mädchen irgendwann vermutlich unter Ihrem Bett vorfinden werden. Auch das Thema, wie eben die Kinder aussehen oder auch Linus aussieht, ist auf jeden Fall in diesem Buch mit vertreten. Und ja, hier geht es so ein bisschen um Linus, der bei einem Mädel auch so ein bisschen feststellt, ja, dass sie ja nicht unbedingt die schlankeste ist. Und dann antwortet sie ganz kühn, ich bin gerne rundlich. Das bedeutet nämlich, dass mehr von mir da ist, dass man liebhaben kann. Und das ist so ein schöner Satz. Also das sollte man sich definitiv auf T-Shirts drucken. Und ja, dann geht es hier um die Weltrettung. Und ja, es geht um Lügen und um Hass. Und dann wird hier geantwortet, Hass ist Zeitverschwendung. Ich bin viel zu beschäftigt, um zu hassen. Und das ist mir auch lieber so. Auch Kleinigkeiten sind von großer Bedeutung. Es heißt hier so schön, es ist nur eine Kleinigkeit. Aber ich denke, auch Kleinigkeiten können von großer Bedeutung sein. Eines der Kinder hat eine Vorliebe für Knöpfe. Und dann geht es hier um die Kostbarkeit von Menschen. Und es heißt so schön, du bist so kostbar, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Ich denke, es ist wie mit Knöpfen. Wenn du ihn fragen würdest, warum sie so wertvoll für ihn sind, würde er dir sagen, weil es sie gibt. Oh, so schön. Es ist ein Buch, was mich direkt wieder zum Strahlen bringt. Also mein ganzes Herz sprudelt da auf. Es hat mir unfassbar gut gefallen. Und es ist definitiv ein Re-Read-Kandidat. So einmal im Jahr, glaube ich, möchte ich diese Emotionen spüren. Ich habe auch das Hörbuch hier. Und wer das mir beim nächsten Mal, denke ich, auch einfach anhört. Ich hatte großen, großen Spaß. Definitiv ein Must-Read. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk für jeden, für alle. Und wer da etwas sucht, wird mit diesem Buch nichts falsch machen. Und damit haben wir das 10. Türchen auch schon geschafft. Wirklich verrückt, wie schnell diese Türchen so nach und nach hier im Grunde aufgehen und wieder zugehen. Ich wünsche euch heute einen wunderbaren 10. Dezember. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Türchen oder nächsten Video. Ich freue mich. Tschüss. Eure Steffi.